Hi bei Mobile Check und heute mit einem Unboxing zu Kopfhörern und zwar zu den Mifo O5 Plus, die ich hier vor mir habe. Mifo, kennen wahrscheinlich die meisten nicht, ist hier in Europa noch nicht ganz so vertreten, aber in Amerika oder in Asien ist das schon anders. Hier möchten sie jetzt langsam mal durchstarten, deswegen haben sie mich angeschrieben, ob ich diese mal auspacken, anschauen und testen möchte. Und ja, das möchte ich doch gerne, denn diese haben ein paar Features, die ganz interessant sind. Was das genau ist, das erfahren wir jetzt gleich, genauso wie was in der Verpackung ist, wie sie im ersten Eindruck wirken und so weiter. Deswegen, jetzt geht's los, los geht's. Also, dann wollen wir die ganze Sache mal öffnen. Einmal umgedreht, natürlich, dann einmal aufgeschnitten, zack, das müsste eigentlich auch schon reichen. Ja, so kriegen wir das Ganze mal geöffnet. Zack, zack, zack. Weg damit, weg damit, weg damit. Es sind, wie gesagt, die Mifo O5 Plus. Diese kosten aktuell bei Amazon 90 Euro. Und ich habe mich ein wenig vorab informiert, zum Beispiel über das Video von Damir Frank. Damir Frank, wer ihn nicht kennt, der testet gerne und viele Kopfhörer ist da sehr gut am Start und weiß da viel Bescheid. Und der war von den O5 begeistert, von den O5 Plus angetan. Und von den O7, die es auch noch gibt, die noch etwas besser sind, war er ebenfalls begeistert. Deswegen bin ich jetzt mal hier gespannt, was mich erwartet. Hier hinten drauf noch ein paar Daten. Und zwar die wichtigsten Sachen, Meinungen von Mifo. Und zwar zu Sachen wie zum Beispiel IP-Zertifizierung, das heißt wasserfest IP67. Dann Chargingbox-Time, 4-5 Stunden, ja bla bla bla. Ich sage das euch aber alles später. Und zwar machen wir das Ganze jetzt mal auf und kommen dann nach und nach dazu. Na, das ist gar nicht so einfach, wie ich mir das erwartet habe. So, aber auch das kriegen wir doch hin. Hier sind sie drin, nein, sind sie nicht drin, hier sind sie drin. Boah, ich muss sagen, das Teil ist ziemlich schwer. Aber das liegt auch an der Verarbeitung, wie ich gleich merke. Ich muss mal sagen, wirklich, wirklich schön gemacht. Also, macht doch einiges her, finde ich, oder? Ja, finde ich doch schon. Dann, was haben wir noch? Natürlich, Anleitungs-Blabla. Bei mir jetzt Chinesisch, ich gehe schwer von aus. Ah, okay, hier auch noch Englisch. Ich weiß es nicht genau, ob, wenn ihr es kauft, auf Deutsch auch dabei ist. Wie gesagt, meine Version kommt direkt von Mifo. Dann hier sind E-Tips dabei, anscheinend verschiedene Größen. Und hier ein USB auf USB, nicht Typ C, sondern ein Micro-USB. Denn wir haben hier leider noch Micro-USB. In den O7 sind meines Wissens nach USB-C dabei. Hier nur Micro-USB, ziemlich veraltet. Aber gut, ist es auch nicht allzu schlimm. Und der erste Eindruck ist, wie ich erwartet habe, sehr, sehr hochwertig. Das Teil ist ordentlich schwer. Das hängt natürlich auch an der großen Batterie, mit der großen Batterie zusammen. Und zwar sind hier 2600 mAh drin. Die, die Kopfhörer, ich glaube, auf Verpackung stehen 15 Mal. Aber laut, da mir Fragen, ich kann es unten verlinken, dessen Review, schafft es etwa 12, glaube ich, volle Ladungen. Und eine Ladung schafft eine Dauer von etwa 6 Stunden mit den Kopfhörern. Hui, das war laut. Das geht nicht ganz so einfach auf. Okay, das ist ein interessanter Mechanismus. Aber es schließt sehr hochwertig. Da wollen wir die Kopfhörer mal reinmachen. Ihr seht, diese sind farblich gekennzeichnet. Einmal blau und rot. Jeweils für einmal links, einmal rechts. Das sieht dann so aus. Ich kann auch gleich mal ein Bild einfügen, wie sie dann, zumindest bei mir, im Ohr aussehen. Sind sehr klein. Auch diese fühlen sich hochwertig an. Natürlich, das hier ist kein Existmetall. Nichts wie im Case. Aber, oder? Kann ich es gar nicht 100% sagen. Ich gehe aber von Kunststoff aus. Sieht aber gar nicht so schlecht aus. Dann hat jedes E-Tipp, beziehungsweise jeder Kopfhörer, zwei Tasten. Diese sind dann lauter, leiser. Nächstes Lied, voriges Lied. Alles machbar. Aber, haben keinen Assistenz-Knopf. Ja, was gibt es noch dazu zu sagen? Sie haben nur AC für die Verbindung. Das ist etwas verzögert, aber sollte mit den meisten Smartphones und so wenig Probleme geben. Aber es kann sein, dass sie ein wenig mehr Verzögerung haben als andere, teurere Kopfhörer. Aber, das soll eventuell ein kleiner Nachteil sein. Aber, der Klang soll durchaus gut sein. Für die 90 Euro wirklich dem Preis gerecht. Und die Verarbeitung, die kann ich jetzt schon aus meiner Erfahrung sagen, ist dem Preis von 90 Euro tatsächlich gerecht. Der Link zu den Kopfhörern ist unten in der Beschreibung, falls euch das interessiert. Und ich schaue jetzt gerade mal noch auf meine Verpackung. Gibt es noch irgendwas, was ich hier speziell erwähnen muss? Nein, ich glaube nicht. Gut. Ich würde sagen, das war es dann mit dem Unboxing. Und erst ein Druck der Kopfhörer. Der Mifo O5. Wie gesagt, ich kann euch mal in der Beschreibung Amir, Damir, Franks, Entschuldigung, falls ihr zuhört, Entschuldigung, Video verlinken. Ein Test dazu wird auch noch kommen. Und ich verabschiede mich dann von hier aus. Bis zum nächsten Mal bei MobileCheck. Wenn ihr Fragen habt, wie gesagt, immer in die Kommentare. Ihr kennt das alles. Bis zum nächsten Mal bei MobileCheck. Und Tschüss. Bis zum nächsten Mal.